Hallo, ich habe in den letzten Tagen einige Nachrichten bekommen, in denen Leute nachgefragt haben, was denn mit XCOM auf YouTube sei. Und anscheinend gibt es ein paar Probleme, dass die Folgen nicht so richtig im Abo-Feed angezeigt werden bei einigen Leuten. Das kann daran liegen, dass ich die Folgen schon vor einiger Zeit hochgeladen habe und jetzt dann nach und nach freischalte. Und dann manchmal, ja, mancher kommt YouTube da halt ein bisschen durcheinander. Aber wie ihr sehen könnt hier, können wir auch direkt auf den Videotab gehen. Gab es in letzter Zeit eigentlich jeden Tag eine Folge. Hier gestern, vorgestern, Tag davor, noch davor und da. Also es gibt schon regelmäßig neue XCOM-Folgen. Die gehen manchmal vielleicht ein bisschen unter, wo ganz so schlimm ist es nicht. Natürlich im Moment der Dark Souls-Hype. Jeden Tag drei oder manchmal sogar vier Videos zu Dark Hype. Äh, Dark Hype. Dark Souls. Das ist anderthalb Stunden lang. Eine Stunde, 40 Minuten. Was ist da denn los? Und, und, und. Deswegen ist das vielleicht bei manchen untergegangen. Wenn man auf die Startseite guckt. Aber auch im Abo-Feed. Irgendwas hat da nicht ganz gestimmt. Und ich wollte dieses kurze Infovideo machen. Also alle XCOM-Fans. Falls das nicht richtig angezeigt wurde. Schaut einfach auf meine YouTube-Seite direkt vorbei. Und guckt es euch an. Und holt vielleicht die Folgen nach, die ihr bisher verpasst habt. Ansonsten ist natürlich immer noch die Möglichkeit. Achso. Falls ihr alles schon gesehen habt im Twitch-Stream. Das wollte ich eigentlich sagen. Das war irgendwie. Der Satz fing komisch an. Genau. Aber das sind die Folgen, die ich schon aufgenommen hatte. Ich habe jetzt auch noch YouTube-Folgen. Bis Ende dieser Woche. Bis einschließlich Sonntag. Und dann werde ich Anfang nächster Woche wahrscheinlich gleich am Montag XCOM wieder im Livestream spielen. Auf Twitch. Um dann halt das Spiel zu Ende zu spielen. Ich gehe davon aus, dass es nicht mehr sehr viel ist. Und auch natürlich dann wieder neue Folgen für YouTube zu haben. Also wenn ihr praktisch auf Twitch immer schon auf dem aktuellen Stand wart. Und die YouTube-Folgen jetzt nicht guckt, weil ihr das alles schon kennt. Und dann muss ich euch noch ein bisschen Geduld bitten. Anfang nächster Woche geht es dann mit XCOM weiter. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Mal.